Leute, Timex hier. Zehn Millionen Tüten. Zehn Millionen Tüten. Das ist alles Happy Chips. Ab 2.9. im Handel, Freunde. Also, die Bria ist Emerald. Und meiner ist Gold. Und die anderen drei sind unranked. Wer ist Emerald? Deinen Gegner. Aber die unranked sind die gefährlichsten. Möglicherweise musst du ja einen E-Skillen. Nee, der Q ist schon drin. Der Q ist auch lang. Stroblatt hat keine Lust mit zu in Wäden. Ich spiele einen Fünfer und er kommt nicht mit in Wäden. Ja, Wayne. Hat ihn irgendwie Pro so beigebracht. Ja, Wayne. Z ist der übelst hinwäden. Wieso lauft die denn? Mann, das macht die. Z ist komplett tot, Alter. Z ist komplett tot, Alter. Wir kommen immer noch rein. Wie war oben. Das ist der Todeste. Das ist der Todeste, der ihr nicht je gesehen habt. Hilfe. Wir sind wieder im Game. Wir sind wieder im Game. Wir sind wieder im Game. Wer geht denn vor? Da lang, wir gehen da lang, würde ich sagen. Wer geht denn vor? Wer hat den CC hier? Wir gehen nicht vor. Wir gehen nicht vor. Wir machen nichts mehr. Da ist er. Oh, wir können nichts machen. Okay, wir haben uns Respekt. Das reicht. Ist gut, ist gut, ist gut. Soll ich mit den RB starten in diesem Band? Ja, oder Chef? Also Leute, wir spielen jetzt nur mit Chef Strobel, weil Romata das witzig findet, wenn Chef Strobel von Emirates auseinandergenommen wird. Sehr egal. Ich will aber alles nur besiegen. Wenn wir einmal verlieren, sage ich die LAN-Party ab. Aber Romata findet das geil, dass Chef Strobel da spielt. Was muss ich jetzt schon wieder checken, Chef Strobel? Ich habe den größten Hardcounter von meiner Lane, es gibt keinen größten Hardcounter zu set. Genau, deswegen ist auch 0-3 völlig in Ordnung. 0-3 und dann ist das gewonnen und ich gebe dir die Hand und alles ist gut. 0-7 und ich raste komplett aus und spiele nicht wieder mit League of Legends mit dir. Ist doch ganz einfach. Neue Projekt abgesagt. Nein. Mach das. Guck mal. Wer spielt denn den Normals mit den Vayne auf Top-Lane? Digga, wieso move das mit jeder? Ist so unlucky, ne? Ist richtig unlucky. Im Normal-Line-Pick nimmt sie den Vayne und kriegt den Z. Ja, es ist krank, es ist geistig. Lass dir mal ein bisschen die Ways mit hier anzugreifen, vielleicht auch mal einen Scheren jetzt. Ich habe keine Scherung. Du sagst immer, ich soll einen Scheren nicht anstehen. Weil jetzt haben wir Level 2, jetzt haben wir Level 2. Du musst da viel aggressiver stehen, wenn wir Level 2 haben. Wissen wir, wo der Jungler gestartet hat von denen? Ach, Blue Waffe. Guck mal, wie die nichts machen können, wenn wir vor den Level 2 haben. Das ist geil. Aber da musst du ein bisschen aggressiver spielen, damit wir da ein bisschen Damage reinkriegen. Ja, die Free-Sea-Lane. Du musst ja, wenn du einmal durchgejunglet hast, einmal weiterhelfen, um die Free-Sea-Lane zu brechen. Oh, sie geht einfach rein. Und immer auf die Samira, ne? Oh, geht nicht. War warm? Noch nicht mal gesheert. Jetzt ist der Share ab. Also das war gerade das, das war gerade das asozialste, was du seitdem wir gespielt haben gemacht hast. Es ist doch nicht mal mit Absicht, das ist halt das Ding, Romatra. Ja, weil das macht es trotzdem nicht genauso, aber weniger asozial, Alter. Wenn wir an, du fährst besoffen im Taxi nach Hause und kotzt dem Taxifahrer ins Auto, da ist das auch asozial, auch wenn es nicht mit Absicht ist. Stimmt. Gutes Beispiel. Boah, Doppel-Q auf beide End. Oh, wir müssen weg. Jungla's da, Jungla's da, Jungla's da, Jungla's da. Jungla's da? Ich hab die verkauft. Brian Erspot, Alter. Ach, Digga, Flash und trotzdem tot. Du auch? Ne. Nice, du hast den Kill. Nice. Pass auf, wenn er nochmal hoch ist, ist ich gefährlich. Wie ist es Mitte, wie ist es Mitte? Brand ist ziemlich offensiv. Ich muss einmal Wayne angreifen. Ich komme jetzt angerannt. Ist okay, oder? Ja, ich hab dich leider mit dem Flash, hab dich leider so krass verkauft, Max. Kannst du mir helfen, die UEFA runterzudrücken? Na, scheiße. Ich versuch's hier runterzudrücken. Wenn ich das schaff, dann kann ich die nicht backporten. Oh, wie viel Mana kostet das? 90 Mana! Kannst du in der Base eh machen. Ach, du meinst so hier, von hier nach da irgendwie, oder was? Muss ich gleich mal ausprobieren. Oh, scher den Großen gleich, wenn ich... Jetzt scheren! Dann krieg ich ihn. Jawoll, das ist so geil. Danke. Super Chef Strobel, Alter. Gut gespielt. Holy Shit. Alter, Chef Strobel, sauber. Hallo? Ja, danke. Danke, danke. Warst du mute? Er war beschäftigt. Nein, nein, nein. Nein, weiß nicht. Ich kann gerade nicht reden. Na gut, wenn ich das machen möchte, kann ich das machen. Ich hab den alle drei Sekunden. Was will die eigentlich? Oh, oh. Der Ken hat mir geholfen. Ist okay, wir haben so viele Minions. Ja. Möcht ich mir Schuhe holen? Soll ich Schuhe holen, Chat? Ich würd sagen, ja. Na, wir holen einfach Schuhe. Fick mich doch, Digga. Ich kann jetzt machen, ich hab auch keinen Flash tot. Ich kann nichts tun. Ich kann nichts tun. Bei 07 brach ich das Projekt ab, Mann. Mann, das ist so... Wieso ist die schon wieder Bot-Lane? Das ist so kacke. Aber ihr müsst auch hier warden, ne? Ja, wir hätten da warden müssen, aber... Mitt ist jetzt richtig interessant mit Ult. Ach, ich hab das nicht ready, ja. Ja? Das ist richtig free. Ja, dann mach. Aber ist nicht schlimm. Sagst du immer... Aber wir gehen immer 07 und sagst immer, ist nicht schlimm. Ich kann es nicht mehr. Na, erstens stehe ich 1. Na, erstens stehe ich 1. Und zweitens haben wir eigentlich super viel Video. Du bist gar nicht gekommen, ey. Scheiße. Ich hab... Wieso haben wir aufgehört zu reden? Das ist's nicht. Der war tough jetzt. Ja, woiCare hat das... Ist so kacke. Ja, dass wir warden dann gedauert wollen. Ja, es war echt fickle. Ich hatte über die Wall den Dings... Dieses Kugel geworfen. ich dachte du hast ihn aber ich finde die lane läuft viel viel besser als die letzte lane also klar wir wurden zweimal gegangt aber nur vom zeitgeist ist krank danke man ich glaube sogar wir crashen die wave hier kannst du die pushen das wort weg wir müssen jetzt erst mal bevor wir jetzt tiefer reingehen ja es kann sein dass sie schon wieder da steht ne weint kein flash wenn er wie sie gerne beruflich aber brian ist jetzt ihren top jungle machen außer ja die ist top also brya ist top schon mal das heißt wir können ein bisschen poken wir haben hier wort drin dick ja was bei mir brian bei mir auf der plan also die wahl ist ja richtig viel time du kannst du kannst was machen also dieses hier kann nichts machen ich weiß nicht warum sie so ein jump hat vorbei wir können wir nicht können wir nicht ich hab holt ich hab okay okay dann auf geht's aber ich kann da ich bin da ich komme schon ich komme schon ich bin ich bin doch kann ich habe ihn geht nicht in der minute geht er ist ja ich bin aber sauber 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 das war wahnsinnig wichtig aber warte oh mein gott ich komme top ich komme top ich komme top mach 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 beide freaky jajaja ich komm oh tsch 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 geh zurück zurück zur rückstrumpel alles gut ja ich hab die wade ich hab die wade wade hat kein flash wenn kein flash wenn kein flash wenn kein flash die geht auf mich die geht auf mich ja was soll das denn ja dann push die schnell raus ja lass zusammen raus pushen aber schon wieder super nimm noch die nächste nimm noch die nächste wave aber wenn du so nimmst rum drücken kannst du wirklich gut ich geh kann schon zurück kannst du zurück du kriegst zu viel damage glaube ich aber dann können dir die minions jetzt hart ich hab noch zwei knusper keks die pfeife ich mir rein ich hab keine wards wieso nicht wieso nicht weiß ich nicht wir haben alle wards von mir gecleared holt man sich trotzdem als supporter das ward item also ja ja das aber es ist nicht jedes ist normalerweise das upgrade ja du hast immer das hier wird direkt blackfall torte empfohlen wir dürfen uns eigentlich nur nicht gucken lassen ja ich glaube ich auch was das für ein flascher flasch geht gerade sogar flash aber kann ich mal raus hier wo man das ist ja die haben wir haben wir ja auch noch ein waldel ist aber ich weiß aber ich verstehe ich nehme aus gar nichts mehr als ist ein chef kann ich gespielt wenn mich der hockt kann ich danach noch nicht mal mein e auf samira treffen die fachen jump hat die warte der rennen Der Brenn hat einfach seine Wave mit gefreezt, warum? Keine Ahnung. Der hat nichts gepusht. Guck mal was der macht, der freest einfach. Das ist ein Dummkopf. Die macht aber auch die Objective-Stay. Hast du den Slow? Nein. Oder? Slowt meine W? Aber die lädt eh ne halbe Stunde auf, Alter. Ach Digga, ist das Schmeiße. Wir dürfen nur nicht gehooked werden. Das ist unvermeidbar, das geht nicht. Der Nautilus spielt geisteskrank. Der hat sieben von sieben Hooks auf mich getroffen. Der hat mehr Range als mein Q. Ich wäre gleich Bot da. Jaja, wenn du Bot bist, killen wir die, glaube ich. Oh, schön. Wenn ich in Range gehe, um meinen E zu treffen, bin ich auch in der Reichweite, dass er mich hookt. Das ist ein Albtraummatch. Wie denn? Mit was denn? Mit was wollen wir da reingehen? Der Nautilus geht pennen. Volle Combo, Max. Volle Combo, Max. Das kannst du nicht... Also wenn die auf die drauf ist, dann geht die auf dich. Jetzt auf Samira. Nice, Deg, war das knapp. Alter, hab ich hier null HP. Das ist fast getroffen, ne? Guter Gang, wirklich. Der Gang war sick. Ich hab nicht gedacht, dass wir den töten können. Du hast echt krass viel CC. Wir brauchen Anti-Heal, gegen Breyer. Das Reh ist mein Lieblings-Champ of Alex. Der macht immer so so tolle Sachen. Ich weiß, was das Reh kann, aber... Das ist ja das Geile. Man kann solche Plays machen damit. Ja, Chef? Du musst noch Oblivion-Op bauen für Dings. Oh fuck, bei mir ist ein Nautilus. Mach ich noch. Bei mir ist ein Nautilus. Ich würd da nicht fighten, ich würd da nicht fighten. Nee, nee, ich komm hier raus. Oh fuck, ich hab ne Ult passiert. Kommst du mal weg, ne? Geh, willst du noch mal hucken? Oh, ich komm langsam Bord, ich komm langsam Bord. Ah, geht schon. Alles drei. Oh shit. Oh, ich bin gleich da, ich bin gleich da, ich bin gleich da. Wie cool, dann hat das wegstoßen. Oh. Ist loot und sie kriegt dich nicht. Halt's Maul. Hier kommt Brent, weg, 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 alle weg, alle weg. Ey, geil, Leute. Hat die da Vision drinne gehabt? Noch nicht. Ich glaube, die haben da Vision drinne gehabt, ja. Hier ist ein Brent, hier ist ein Brent. Ach du Scheiße. Oh nooo. Oh nooo. Oh nooo. Sofort rechts weggelaufen. Niki! Mann! Was ist das denn? Was kann der Champ? Der kann einmal durchschen. Ich bin auch verbrannt. Ich hab dich so outplayed, oder? So, gegen was spielen wir hier? Na, das war einfach unlucky. Boah, finde ich ist ein geiles Game, Alter. Das war unlucky. Ich finde das ist ein wahnsinnig tolles Game. Das ist so assi. Das ist so assi. Bin ich zwar alleine mit der Meinung, dass das ein wahnsinnig tolles Game ist, aber ich finde es trotzdem. Geiles Game. Geiles Game. Geiles Game, danke gut. Ich bin zum Glück nicht alleine mit der Meinung. Och maaaannn. Romatra, ich organisiere uns ein richtig geiles Boxtraining mal für'n Vlog und wir holen nur 140 Kilo Gegner ran. Wenn du Bock hast, kannst du nochmal 10 Kilo abnehmen. Ich guck so, dass die alle mindestens 2,10 Meter groß sind. Warum hat der Brand 4 Kills jetzt? Der hat unten grad nen Triple Kill abgesahnt. Und dann liegst du da Knockout. Ist ja immer wieder was, was für ein geiles Training ist. Ja, aber wenn Romatra dann den Lucky Punch trefft und gewinnt. Dann hab ich so viel Spaß. Das geht aber nicht. Wieso? Wieso? Hier kannst du easy den Lucky Punch treffen. Dann ist dann dann zack deine Analogie. Die sind alles so am Sidestappen. Brand fehlt, Leute. Brand fehlt. Du musst dir das nochmal, glaub ich, eine Wiederholung geben, das Game. Wie die mich gefickt haben. Das hast du doch nicht da hingekommen, wo du neben mir stehst. Doch, du hast dich die ganze Zeit hucken lassen. Du hast dich die ganze Zeit hucken lassen. Ich raff das, aber... Nein, auf was die Sidestappen, das ist nicht normal. Kann ich jetzt warden oder bin ich tot? Nein, nein, du bist tot. Geil. Ich bin auch da, ich bin auch da, ich bin auch da. Ich bin auch da, ich bin auch da, ich bin auch da. Ich bin auch da, ich bin auch da. Ich bin auch da, ich bin auch da. Nur überleben, nur überleben. Wir machen das, wir machen das, wir machen das. Jaaa. Die töten mich schon gar nicht, weil die mich behalten. Oh mein Gott, toll. Scheiße, Brand wird uns ficken, sag ich. Ähm, Wayne? Ja, aber ihr macht das. Ich komm hier raus, ich komm hier raus, ich komm hier raus. Geisteskrank. Wow, toll, 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 toll. Geisteskrank, geiles Game, Mann. Der einzige Knockout auf dem Boden liegt, ist leider Max. Aber da können wir... Ich krieg so, ich krieg so Flashbacks, Digga, aus Fortnite. Aber da können wir leider nichts machen. Alle haben 30 Kills, ich hab null Kills, ich komm noch nicht mal hinterher. Aber das ist... Und damit immer nur den Loot auf. Ich mit drei Pros, Fortnite Squad, vier Stunden kein Kill, lauf nur hinterher und nur Tode. Oh, Bruder, ich hatte... Oh, sie hat einen Jungle gemacht, die dumme... Ich würde jetzt mit dir gehen, du musst botlanen. Lissandra... Oder gehen wir botlanen sogar. Soll ich zu Briar kommen? Geht da was? Oh, ja, jetzt hat sie mich. Ich bin... Oh, Mann, da ist Nick Noste, Digga. Ich will nicht leben, ne? Die ist full. Die macht grad meinen Blue, die macht grad meinen Blue. Ja, 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 ja. Aber jetzt können sie doch die Bottentur einfach holen. Er bot Anti hier gegen die, ne? Ja. Was ist das denn so dumm mit Bottem? Niki! Niki, pass auf. Ne, meine Ult. Ich hab meine Ult jetzt erst ab. Ich hab meine Ult jetzt erst ab. Ich hab meine Ult jetzt erst ab. Oh no, Welte! Ja! Nein, der Brand trifft mich! Oh, der Brand trifft mich! Oh, der Brand trifft mich! Oh, schade. So knapp trifft er mich nur. War ein toller Fight trotzdem fand ich. What the fuck? Klassen Samira. Ich hab grad noch Bottentur. Ich geh zu Asi rum, Altra. Gib mir noch ein, zwei Alte. Jo, du fickst die Top-Lane. Die kommen alle top, die kommen alle top. Jo, der Chef Strobel gegen die Gold-Wane, Alter. Wow! Pet Strobel heißt der Account, das seh ich jetzt erst. Das ist cool. Das Commitment. Hilfe! Ja, du wirst gucken, du bist tot. Komme, komme, komme. Doch nicht, hast Glück. Dann nehme ich die Bot-Lane-Wave an. Ich dachte, ich sollte in der Mitte kommen und tauschen. Ja, eigentlich ja, aber jetzt hat der Top-Lane mit der Mitte. Ja, aber zu. Äh, wir können tauschen, wir können tauschen. Geht ihr top. Willst du den Drake kommen, bitte? Den Brand können wir töten, den Brand können wir töten. Ich möchte unbedingt den Drake. Ich möchte unbedingt den Drake. Komm, ich komm, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich auch. Das ist Samira. Kannst du die schlafen lassen? Können wir die fokussieren einfach? Ah, Mann. Nee. Oh, Mann. Man, leider zu langsam. Hey, Romatra, ihr müsst auf die Top gehen. Oh, der ist total tot, Mann. Ja, Digga, wir haben das jetzt verkackt. Ich mache endlich einen Sidestep und dafür werde ich so bestraft, weil ich eine fucking Priya-Ultkasse. Kannst du gehen, Romatra? Nee, ich bin doch gerade aus der Base gelaufen, hä? Ja, aber eigentlich macht keinen Sinn, dass ich nochmal top gehe. Eigentlich müsstest du top nehmen mit Max. Und ich hole den T2 auf Dings, weil das nächste Objective Baron ist. Die machen jetzt Herald? Ja, deswegen. Die machen jetzt Objectives, egal. Eigentlich hätten wir in Mitte sein müssen. Echt nicht? Oh mein Gott, der Nautilus. Rant ist 7-1, Alter. Warnst du, Digga, wie krank der ist? Na, war ja klar, dass ich da hingehe. Also, ich hätte mich gefreut. Max, Max, Max! Ja? Bei Ult ich einfach nur. Toll, 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 toll. Der ist easy, der ist easy. Zwei Ults. Der ist eben ein Spiel, Manns. Der ist eben ein Spiel. Willst du mal zuhören? Hallo? Bei mir ist ein Nautilus und eine Briar. Ja, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Lauf hoch. Ja, lauf raus. Lauf raus. Lauf raus. Schöööön. Der ist hier, der bleibt hier. Wichtige Kills. Wollen wir die? Wollen wir die? Wollen wir die? Harald, Harald, Harald. Harald, der krass. Ja, ja. Ich gehe hinter sie, ich gehe hinter sie. Ich habe auch Ult, ich habe auch Ult. Ich kann nicht zu dir werfen. Ist da zwei Level bei mir, ne? Wenn die mich engage, bin ich tot. Geh nicht zu dieb, geh nicht zu dieb einfach. Oh nein, hat sie aufgegeben? Ich glaube, ja. Das ist verrückt. Sie hat einfach aufgegeben. Also, der Top Enders wurde von Chef gebrochen. Das ist gut. Okay, ich gebort. Ein fucking Counter Match. Und der hat drei Gangs bekommen. Sauber. Kann ich den nicht trocken? Oh, Bruder, komm du, Bruder, geh zur Seite, geh zur Seite, geh zur Seite. Wo denn? Ach, da. Okay. Nice. Ja, ist ja klar, dass sie da so hinschießt, wo man in der Regel stehen wird. Nein. Und sie ist halt auch irgendwo. Hab Probleme? Wollen wir top gehen? Nein, nein, wir bleiben jetzt. Wir wollen jetzt nicht die Funktionen. Der one-shotted dich, fest auf. Drei Leute, top. Ihr könnt mitnehmen, ihr könnt mitnehmen, hol mit. Drei Leute, top, drei Leute, top. Wir haben gar kein Damage. Der one-shotted uns, der Brand. Ach so, ich hab nicht gesehen. Dann kannst du, kannst du da Bot durchgehen. Oh. Oh mein Gott, er hat das gelegt. Ach du Scheiße, ich war wirklich dauer CC'd. Das war leider... Oh, aber das kann er nicht machen, da stirbt der glaube ich für. Also das überlebt er nicht, oder? Schau mal, Max. Oh! Nein! Das war meine Ult! Das war meine... Hast du was von meiner Ult gesehen? Nee. Das war meine Ult! Die kann alles mit ihrer... Oder? Oder? Ich weiß es nicht. Was kann die... Wann kann die da mal alles dodgen, wenn sie ihren Wirbel anmacht? Ich hab Schockstarre, wie gut der Nautilus ist. Ich hab Schockstarre, wie gut der Nautilus ist. Raya ist da. Okay. Kannst du die Wann annehmen unten? Weil ich glaub die One-Shot ist die einfach. Ja, okay. Die sind gut, aber die sind nur zu viert. Yep. Echt? Ja, Wann ist halt kein Champion. Ach so. Die wird nachher geballert. Hier ist Nautilus, der geht hier. Oh Max, was machst du denn? Da bin ich. Warum nicht die Cannon Minions? Nein, du musst mitkommen. Ja, das macht er manchmal. Manchmal nimmt er einfach die Cannon Minions. Aber nur, wenn er gerade keinen Share ready hat. Ja, wenn das aus Versehen ist, kann das mal passieren. Oh, Wayne mit Gold reset. Du darfst Top nicht overstayen. Du musst da, wenn du keine Vision hast, zurückgehen. Ja, ja. Ich hab sogar gesagt, dass der Nautilus hier ist. Ja, ich wurde auch von der Bank gefickt. Also die hat mich gegen die Wand geballert. Du kannst hier so ein bisschen Vision aufbauen gehen, wenn du möchtest. Ja. Nice und raus. Alle miss. Ich kann da keine Vision aufbauen. Weiß sind Bot. Weiß sind Bot. Sie sind alle Bot. Ich sterb, wenn ich das mache, Romatra. Ich check das nicht, dass ich das machen soll. Hier können wir töten. 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 Echt? Ja. Hier sind alle. Naja, wir sind fünf Leute. Oh, du bist tot. Ich krieg ne Ult schon wieder. Aber es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Warum ist das nicht schlimm? Weil der jetzt keine Ulti hat. Du bist tot, aber wir haben eigentlich nen Vorteil. Aber... Niki ist auch gestorben. Ich bin auch gestorben. Weil eigentlich ist... Du bist so wenig wert, wenn die solche... Ja, lass dich Bot nehmen. Wenn die so Spells für dich benutzen, ist eigentlich gut. Weil die die da nicht mehr im Teamfight haben. Aber Niki ist da leider auch gestorben. Wir haben drei Drakes. Das ist so scheiße. Wow. Fullstride, weh. Okay, gegen Brand muss ich aber... Nee. Ich muss ein bisschen MR eigentlich bauen wegen Brand, oder? Sehr ekelhaft, der Typ. Nein, Alex. Oh mein Gott. Was? Töte sie? Ja, du kannst mich ja nicht töten, sondern du kannst Anti hier lassen. Oh, nee. Ich sag, wenn ich da nicht in die Reichweite rein... Wenn ich da außerhalb von Reichweite... Ach so, ja, du schon. Aber sonst jeder andere. Ich kann's wahrscheinlich nicht töten. Ich glaube, ich hätte das 1v1 gewinnen können gegen Kriya gerade. Aber ich hab's schlecht gespielt. Ich hätt's euch... Na? Pass auf. Na? 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 Ich hätt's euch. Nein, eigentlich kannst du den... Wieso ehst du ihn? Wieso ehst du ihn nicht? Oder hast du nicht ready? Doch, aber wenn ich stehen bleibe, will ich immer trug. Ich komm hinter den, ich komm hinter den, ich komm hinter den. Ich komm aus der Mitte. Ich kann auch... Die wissen, dass du kommst. Die wissen, dass du kommst. Die wissen, dass du kommst. Sie haben 1.000.000 Wards. Komm, komm, komm. Pack dir Noddy los. Ja, zu... Max ist zu weit weg. Du bist du? Ja, Motor Reminder werde ich jetzt nichts kaufen. Wahrscheinlich. Ja. Kann man in den Kuk krippen? Den nächsten Drake sollten wir jetzt fighten, ne? Oder müssen wir fighten? Ja, ja, müssen wir. Drei Minuten. Sie blockt jeden Crew mit ihrem Scheißschild. Sie zählen wieder alles. Ihr müsst mir da helfen. Ich kann nichts machen. Ich weiß nicht, wie das Spiel funktioniert, ne? Der Nautilus hat 35 Wards von mir gecleared. Ja, du hast noch... Du musst halt... Oh mein Gott, hier geht was. Ich push Sightlane. Nein, ich push Sightlane, ich push Sightlane. Wie gut spielt der, wie gut spielt der? Wend, push Stopp. Wend, push Stopp. Ist okay, ich push. Oh mein Gott. Der ist mal Dick Penn. Ich bin tot. Ach, das gibt's nicht, aber du hast... Du hast da ein paar, ne? Du zu mir kommst, kann ich dich heilen. Machen wir. Niga, was? Wie oft hat sich den perfekten Stump uns dann? Leute, ich bin so schlecht, dass ich noch nicht mal aus diesem Spiel lerne. So krass ist der Skill-Unterschied. Wir haben drei gegen fünf verloren. Du weißt halt nicht, was Dings macht. Und ich denk nicht dran. Ich kann auch gar nicht einschätzen. Ja, die geht rein und hat eins immer wieder. Ja, ja, Freya kann ich auch gar nicht einschätzen. Digga. Habt ihr Anti-Heal? Nein. Die hat auch so wenig Cooldown. Auf ihren Q und W. Die macht den immer wieder. Na, ich go zuerst. Highbreaker-Shit. Warte mal. Glaub ich mehr Sinn. Chef, wir brauchen dich gleich geistkranken im Teamfight beim Drake. Ich weiß, ich weiß. Isst du nebenbei? Nee. Schwöre? Doch, ich hab eine Gabel gegessen beim Laura. Was ist auf der Base, Digga? Ja, das Dumme ist, dass die jetzt hier zwei kommen hat und ich nicht. Kann ich den Brent fighten? Nee. Naja, ist er mit 15. Holy shit. 12-3, Digga. Das ist ein Monster. Okay, ich geh Highbreaker into Kinetic Rookern, oder? Gegen ihn? Für einen kurzen Trade. Oder ist Force of Nature hier besser gegen ihn? Wie kann ich jetzt worden? Ja, du wolltest... Ja, mit Velcro's ist halt übelst Arsch. Du kannst gar nicht raus. Ja. Oder einfach Sachen, wo wir in unserem Jungle halt einfach ein bisschen brauchen. Und dann lauf einmal mit der Orakele. Oh, Niki, du bist da ganz gefährlich. Alle fünf top jetzt. Ja, das stirbst du. Ich bin tot. Oh, sie ist tot. Sie ist tot. Also, sie ist nicht tot, aber... Oh, Mann. Ja, Baron. Das ist krank. Ja, Digga, die kriegen jedes Objective. Weil wir mit nur drei Siebenwellen beschäftigt sind. Ich gucke uns dieses Game Carrying. Mit mir. Oh, ich hab's weit gekommen. Das Ding ist, jetzt geht's nämlich zur Sache hier beim Drake. Drake, jetzt ist mir Drake. Und die haben Baron. Aber Baron gibt nicht so viele Stats, oder? Nee, nee. Baron gibt nicht so viele Stats. Aber wenn die Smart sind, dann geht einer Splint Caution. Eigentlich kannst du nichts zurück. So, ich hab dir weh. Wir brauchen jetzt einmal fünf gegen fünf, da gewinnen wir mit den Ults, die wir haben. Die machen wieder alle Wards weg. Samira und Brand müssen stehen. Ich weiß nicht, die haben... Ich ulter einfach Brand. Ich flash da rein. Ich hab keinen Flash. Die kommen jetzt hier. Geh nicht zu, Dieb. Die haben wir noch hinter die TPN im Notfall. Die haben noch 17. Die sind so doll, Digga, die Warden hier so weit vorne schon. Die sind so... Die machen irgendeine Scheiß-Team-Taktik und so eine Kacke, Digga. Was ist das? Ich bin hier, ich bin hier. Die sind alle beim Training. Haben wir Anti hier? Nein. Aber wir können trotzdem durch. Die wird sich die ganze Zeit hier an irgendeinem. Lass's von unten, lass's unten. Obwohl... Ich hab keine Wards mehr. Die haben vier Wards von mir zerstört gerade. Da ist er ja drin. Ah, hier? Ja. Trubbel ist im Arsch. Trubbel ist tot. Oh. Du bist im Arsch. Nee. Ich bin im Arsch. Du bist im Arsch. Nee. Ich bin im Arsch. Ich bin im Arsch. Ich bin im Arsch. Ja, guck mal, Briar stirbt nicht gegen Max. Siehst du das? Du brauchst da Blibien Orb. Ansonsten fickt die jeden. Ich will da Blibien Orb. Und greifst sie an. Nix. Ihr geht nicht so weit. Na doch, 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 doch. Weil wenn sie ja Damage bekommen, dann kannst du ja Damage machen. Sonst zieht sie sich ja die ganze Zeit gegen. Boah. Die sind besser als wir. Boah, die haben irgendwelche Team-Taktiken drauf und so ne Scheiße. Die haben Training gehabt. Besser als wir. Und Samira. Der Wichser. Boah, der trifft mich in einer Coo. Ich verliere 80% meines Lebens. Der steht 13-3. Sehr ekelhaft, Alter. Der eine roam, wo der den Triple-Kill geholt hat. Dann ist der komplett eskaliert ab. Der war aber auch crazy. Nehmen wir den Typen jetzt. Oh fuck, darf ich. Schnapp sie dir, D-Wayne. Pack sie. Ich versprobe. Die ist 2 Level über dir. Ich bin im Arsch jetzt. Mein Gott. Wie gut hat sie jetzt gespielt mit der Wand. Na, wird doch. Wird geflasht, die Sau. Jetzt ist er wieder geflasht. Wird auch nicht geflasht. Alles gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Bad Friend. Ich würd hier reingehen. Ja mach mal, mach mal. Ach Dicke. Gut. Ich hab Anti-Heal. Aber kein Damage vom Team. Ich hab auch Anti-Heal, aber... Samira ist online. Ist doch auch Verarsche, Dicke. Ist doch keine Bronze, Samira. Wie spielt die denn? Ist doch nur Verarsche, Dicke. Ist doch nur Verarsche, Dicke. Ist doch volle Verarsche. Die sind Diamond und die Unranked und der Bronze ficken alles. Die spielen doch viel zu gut für Bronze. Das Problem ist, man weiß es halt hier vorher nicht, wie gut die Gegner sind, ne? Ja. Ja. Das nervt. Man kriegt enorm, es kriegt man eine größere Range als ein Flex-Q. Immer. Da kann halt jeder spielen, kannst auch die Master spielen. Es gibt aber ja, es gibt ja trotzdem Matchmaking und MNR. Geht, geht, geht. Wollen wir da mal fighten oben? Oh, Dicke, ihr seid so ne Tryhards, Alter. Ja, wir sind da. Niemand ist da. Alter. Kommen wir hier bitte raus. Haben wir noch irgendeine Chance, dass du gewinn? Jetzt ist jede Minute verloren. Wir haben noch ein Teamfight oder Nass? Ein Teamfight oder Nass? Ein Teamfight oder Nass? Ich werde irgendwie einen Fight forsen. So, ist der Vollmitte. Oh, Max tot. Nicht zu mir, nicht zu mir. Die Fall ist von hinten. Ach, Dicke. Dicke. Warum Sonja's nicht? Das war der Fight. Raus hier, raus hier, raus hier. Befreie mich. Sehr gut, Seth Strobel hat nochmal die Samira geholt. Sehr gut. Ich wollte noch ganz kurz anmerken, Max wollte mich volläumen, wenn ich 0,7 gehe. Und er jaut mich voll. Du bist so dumm, das gibt's gar nicht. Ja, okay. Ich mein... Hast du's echt nicht verstanden? Ich würde sagen, Max war Tilt-Proof. Ja. Das geb ich ihm auch. Ich geb ihm auch locker geblieben. Wenn das unsere Games sind, um Platin zu kommen, ist okay. Dann können wir mal auf die Fresse kriegen. Gar kein Problem. Aber hier müssen wir jetzt alles, alles Menschenmögliche tun für die Wins, damit der Account Level 30 kommt. Ja. Und wir verlieren alles. Aber was... Und zwar hart. Weil die krank sind. Aber war die Samira so heftig? Die war ganz krank, ja. Also, sie spielt da vorne Normal 4-12. So krass. Ne, die war nix, die war wirklich nix. Wir haben einfach... Wir wurden zweimal geistkranke gankt. Umatra, du hast doch gesehen, was die alles gescheitzt hat. Die ist doch nicht Bronze, bist du bescheuert. Die durfte machen, was sie will. Jeder in diesem Spiel durfte machen, was er will, aus irgendeinem Grund. Ich weiß es nicht. Guck kurz, die hat davor gegen... Die hat davor gegen einen Bronze-Spieler ist sie 4-12 von der Lane. Du solltest in der Loot in Mitte sein. Vor allem, dadurch, dass wir jetzt eben dieses Game gewonnen haben, ist ja die MMA wieder höher, ne? Ja. Ich hab echt nen Charme, Leute. Ich hab ne Keule. Milio spielst du jetzt, witzig. Wir gucken mal, was abgeht, Leute. Gucken mal, was abgeht. Ich hab meine E gemacht. Echt? Ja. Und wem wir? Ja. Komm mal, komm mal mit Chef. Ja, Romata ist nicht da, macht eigentlich keinen Sinn, ne? Weil er hat den Damage. Nö, ich hab... Tsch, 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 tsch. Du gehst wieder frei, Chef? Ja. Ja, Chef, Strubbel. Was ist deine Begründung, dass du so viele Games hintereinander verkackst? Vor allem, ich muss... Ne, eigentlich ist es schon wieder zu spät. Es ist gleich eine Minute. Ich war fast in der Wave. Ja, aber weil du zu spät losgelaufen bist. Ja, aber Romata ist noch nicht da. Der macht doch den Damage. Ich... Wo mach ich denn? Deswegen bist du nicht losgelaufen. Ist geschahmt? Ich glaub wär sogar ein Kill gewesen. Ja. Ein Kill gewesen. Boah, den kriegen wir. Den kriegen wir. Den kriegen wir. Ich hab neun Sekunden Spieler für dich. Sicher. Ich hab ihn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war doch ein 4 gegen 3. Das war doch ein 4 gegen 3. Doch. Das war ein 4 gegen 3. Wir wollten alles raus. Und wir waren schlaggelaufen. Ich hab meinen Flash gewasted. Ich hab nicht meinen Assist bekommen. Der Romantaner ist das. Nicht mein Assist, Alter. Kannst einen sharen? Der Skin ist cool. Der Skin ist echt cool. Ich sag... Ich sag nach 2 Sekunden auf der Lane, dass der Lucian viel besser ist als ich. Hey, was ist das? Bot Lane dann? Das ist Brand Bot Lane. Das ist verrückt. Queer, der Ball ist auch nicht nur orange. Ist das hier Point ein Klick? Warum musst du eigentlich nicht anders gegen Rangetops spielen, wenn es kein Mirror Matchup ist? So langweilig. Die sind... Emerald Alistar. Platin 3 Rise. Platin 3 Lucian. Und 2 Unranked. Aber Unranked wären meistens die Besten. Ja, dann musst du wieder gegen Range spielen. Du wirst 50% der Games Top Lane gegen Range spielen müssen. Es gibt so viele Range Top Lane Matchups. Ja, ich denke. Als erstes checken sollen wir glaube ich rum. Hä? Der ist rausgezappt und wieder reingezappt und hat's verkackt. Flash aus. Nee, das war Hexflash. Das war Hexflash. Achso. Check ich nicht, was das ist. Der lädt auf, sozusagen so ein Alibi. Du kannst ein bisschen machen. Ich hab Heilung und alles, ne? Was ist das für Damage? Was ist das für Damage, Bro? Ich geh auf den Laufauf... Ich hab Hälfte Leben und er... Er hat mich von Hälfte Leben Instant gefickt. Weiß, das ist voll Kacke im Early. Ja, ne? Ja. Nein, er stoke mich mit seinem Spell und dann macht er unfassbar viel Damage. Guck mal hier, ich hätte gegen Zoom. Was ist das für... Die Mitte könnte interessant sein. Die Mitte könnte interessant sein. Ich glaube, das ist gerade auch interessant. Bot lane, move. Ich hab keine Ahnung, wohin. Ja, ja, bot lane ist... Ich mach mal so. Komm jetzt hier, ich komm jetzt hier, ich komm jetzt hier, Set. Oh, scheiße, Set. Aber Lizen, Lizen ist auch hinter dir. Ja, das ist das Problem. Aber ich hab ein Schild. Warum verkaufst du mich so? Haha, Chef Strobel! Chef Strobel! Boah, der Kuh trifft er noch. Boah, er hat mich gefickt mit seinem Kuh zusammen, mate, ne? Er hat mein Leder... Er hat uns beide gefickt. Ja, ich wollte den Rise, so, dass er nicht zu nah kommt. Und dann wollte ich zu dir laufen. Nein, wir hätten beide die Sinkingen müssen. Der war Level 3. Oh Mann. Na, mein Lame ist damit over, ne? Ich hab einen Flash gewastet und hab nochmal Kill bekommen. Und die hätten... Boah... Lane is over. Ist die Lane... Ist gut so weh. Die sind ja so dead. Ah, mein Lane ist jetzt over, lecker. Und die Push noch zu in die Wave. Oh, die Lane macht so viel mehr Spaß, Max, ne? Ja, warum denn? Oh, nicht so kompliziert machen. Wahnsinn. Wahnsinn, wie viel mehr Spaß die Lane haben. Du Speed Up, der E ist immer Speed Up. Ja, das ist die Mana. Der könnte... Der könnte tot sein. Die sehen wir gleich bot kommen. Ich guck mal, wie er... Oh mein Gott! Was ist? Du hast ihn so weggekickt mit deiner Kuh. Das ist so schlecht. Ich wusste nicht, ob du ihn tutest oder nicht. Nein, nein, war super gut, Bro. Hauptsache erstmal die Scheiß auf Kids. Das ist so irrelevant. Okay. Das ist so... Das ist so... Du bist... Gespeed up. Ja, Lushin fährt. Lushin fährt. Scheiße. Sehr doll. Lushin fährt sehr doll. Wir haben noch alles ready, ne? Bot lane. Und ich hab keinen hier mehr. Hast du den zum Speed Up benutzt? Ja. Ah. Ich hab den Kill bekommen. Und der Kill war sehr knapp. Das war ein sehr guter Share, Bro. Dieser Bot. Dieser Bot. Dieser Bot. Ach, scheiße. Ich will auf die Dodge-Stoss. Der will mich noch holen, der Wixler. Woll. Ach, scheiße. Ich muss sich auch noch flaschen. Der wird ja die Sinn ist ja wieder lächerlich, ne? Boah, ich weiß nicht, ob ich das fest hätte spielen können. Ich hab auch noch Flash. Ah, den Flash hab ich jetzt erst wieder ab? Ich bin mir nicht sicher. Heiz Maul. Na? Ja, der kommt mitte. Der kommt mitte, die Sinn. Der hat gelackt leider. Unabsichtlich. Aber war doch gut der Trade, oder? Welcher der halt? Mitte, oder? Ich komm top, ich komm top, ich komm top. Ich geh nicht top, ich geh nicht top, ich geh nicht top. Oh, das war jetzt richtig schön geshared. Und jetzt nicht mehr, du hast keinen Scherz mehr. Du musst dich auch nicht anhitten. Du musst dich auch nicht anhitten. Du musst dich nicht anhitten. Weil ich genug Damage mache. Ich geh back, ja. Ja. Oh boy. Hab ich Flash, Freddy? Wär ich sogar vielleicht rausgekommen. Alistas Mitte? Und so irgendeinen ganz komischen Grund. Ja, dropp mich, dropp mich. Ich spüre Mitte und Bot rum. Ich glaub, solange der Top nicht mehr als 5 Kills bekommt, sag ich, gewinnen wir das. Das Ding ist, na gut, wir können es jetzt eh nicht ändern, aber Ryze wird gefährlich, weil der jetzt so ein Wave Clear hat. Ja, ja, ich versuch's auch die ganze Zeit dagegen zu halten. Ja, Digga. Hä? Was krank ist halt, dass er auch Damage durch die Minions macht, wenn er die so mag, ne? Ja, ja. Das ist ja das nervige Grab. Ein Insta-Magieres hier holen. Super, 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 großartig. Ich weiß nicht. Oh, das klappt, oder? Ich spiele das so erstmal. ich habe die pote weg hat sein schirm doch nicht das ist noch immer top bottom ist die man vielleicht gerade ja wir können hin wie ich verkloppen die also ich verkloppt die übel zart ich komme ich komme ich komme ja der brent ist tot den hast du solo oder was war das er hat sich unter den tower geportet ja 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 der einer von bottom ist tot also nur mitte fehlt mitte fehlt mitte fehlt rent hat gegostet für dich ist komplett ich bin ziemlich hart im business hier mit 70er fangen wie sieht es bei dir aus nick ich bin da kriegst du da was ja ich starte das der skin ist so cool von den ganzen aber trotzdem tut warum gehe ich da rein ich habe ihn nicht das war so geil das war so geil das war die geilste szene gefühlt heute team play mäßig ich wusste dass er da noch so lange fightet hier ist ein wort drin was hab ich denn gemacht bei dir trinket dabei das geile ist auch der resin hat vier kills und der wird nicht so stark aber der spielt verrückt hat das spaß gemacht gerade das stimmt und meine ari ist auch online ich habe mir all den spaß aus den letzten zwei games gerade zugeholt der spaß war komisch verteilt die letzten zwei games wegen serie aber jetzt ist er wieder auf meiner seite das ist auch so krass ne so ein geiler sie scheiße man der schon wieder hier er ist da dann können wir botlen aber nicht machen er hat geflasht oh mein gott junge du hast ihn ich bin gefickt ich habe ihn gefickt du hast ihn komplett du hast ihn gefeatet den platin rice getötet komm hier lass hier ins gewisch gehen beide bei mir ist ein lison oh ich bin der mitdrängnis bottom fehlt einer ein bisschen auch ja 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 schön ich kann nämlich ausreichend noch ne schuhe alter hier ist ein luschen mit double buff der hier noch kommt aber der kriegt keine minions den instant mercs gehen wann hast du wieder hier ready ja super 40 sekunden cool oder so ne scheiße ach ja man das ist wie ne ult elista roamed die ganze zeit ihr müsst bot rein der hat nen kranken wave clear wir schaffen es nicht rein zu drücken ja ja doch wir schaffen es rein zu drücken ja ich komm bot dann komm ich bot dann komm ich bot wenn ihr nicht ihn schon selber tötet ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn safe max nicht ihn verjagt ihn nicht das ist so schüchtern max hat noch das geholfen ja darf ich die Minutes behalten bitte oh fuck 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 das würde mich so freuen wenn ich die Minutes behalten darf danke aber dann lass den tower zusammen machen wenigstens war doch gut ich hab ihn noch mit meinem kuh getroffen jetzt den kill bekommen wäre halt echt blöd gewesen echt jetzt ja weil dann wäre ganz umsonst weggemoved ich wär umsonst geromt und ich bin mit laner und du support warum bin ich gestunnt also alter der champ ist so ein gamm also so ein gamm ich komm langsam mitte ich sag who will rise komm langsam mitte wenn du baiten willst achso ne ja kannst du noch einmal gegen ihn traden und dann zurückgehen und bot lane move weil wir würden jetzt mitte gehen oder ich würde mir jetzt auch in die mitte machen eine way würde ich noch machen ja 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 deswegen meine ich ja du kannst ja eigentlich traden gegen ihn und egal ob du den trade verlierst oder gewinnst kannst du dann kannst du dann zurückgehen weil wir jetzt eh kommen first item malignance toll brauchst du das her niki der fel ist das bei mir ja online 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 ich move willst du auch move niki soll ich das auch packen red trinket verkackt das gibt's doch nicht wie kann ich das lernen ich glaub ich bin einfach dumm 100 games hab ich vergessen mir red trinket zu tauschen warum ist das so schwer ja kannst du hier bohren toll oh schön guck mal oh ich bin tot oder ne er hat dir ultis benötter der turm ist da muss ich fallen lassen nirgis wieso gehen wir nicht top hm wir spinnen wir mit dir da kommt was da kommt was ja wir töten wir da denn ne wir sind wahnsinnig stark naja da kann ich es leider nicht mehr mitmachen ne das stimmt das ist gut rise hat keine old by the way missing der geht unten zu den boobies schön it's missing macht das spaß alter nicht serie zu sein macht so spaß hilfe ja so viel toller ich find's auch so toll oh man oh man oh man oh du spielst sie so gut da sind da liegen welten zwischen ich weiß nicht wo rise ist ne ja du musst aufpassen wenn der dich damit trifft ja kannst du eigentlich nicht hinter mich laufen sonst cute er dich und mich hast du auch grad gecheckt also ich hab jetzt mal nichts gemacht weil der so low ist und der der L ist da eh tot aber der hat keine ulti wir können den auf jeden fall du kannst nicht scheren ne ich wollte gar nicht angreifen und habe meine passive durchgelesen ich weiß es nicht oh mein gott der liegt mir auch vorweg ach diggeli Sinn ey wen willst du denn verarschen man wir bleiben mit dir wir bleiben mit dir hey 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 hier sind alles zeitgetot oh nein nein bist du nicht bist du nicht oh ja dead bait geil what the fuck was war das aus deiner ult oh die shit hat die gedrückt mal mit seinem eh passive zu sein hier L ist da L ist da L ist da L ist da der will hier ok können wir gleich switchen oh mit wem willst du switchen ihr mit mir ihr habt doch schon den bots herum äh doch ihr mit dir hilfe hilfe also ich kann nicht mehr top bleiben ich habe keine Antwort auf Ryze oh geil Nelius super dass ich da rauskomme oh sogar mit einer Boots komme ich da raus das ist ja einfach nur ein Traum Nelius ist echt nervig ne ich hab wieder ult ab toller Champion hier sind die Champions die so massivst abfacken auch gleichzeitig stark das verstehe ich immer nicht ja ne gibt es da nicht irgendwie so einen Mittelweg dass man sagt ok der Champion fackt eisig stark ab oder facken sie vielleicht auch weil sie so stark sind mhm oh Katelyn Achtung ja musst du flashen musst du machen war gut tier low im Mittel Digga Red Trinket vergessen ich hol dich jetzt back und hol dir Kraft wieder hm der wird schon gleich gedived der wird schon gleich gedived der wird schon gleich gedived ja wir sind da ich bin da ich bin da wir können auf Alistar auf Alistar auf Alistar vielleicht ultest du ihn Alistar ult ist raus oh wie schön bist du ja nein oh das war richtig's durch los Romata du bist da hab ihn hab ihn naja der ult ist zu euch oh ihr sprent ja er ist zu euch mit ja er ist zu euch mit das ist die Sinn wir können ihn aber töten ne wir können ihn aber töten ne nein wie lucky wie lucky oh mein Gott der Charm hit it ich bürne what the fuck nice oh mein Gott Hau ab haut einfach ab haut einfach ab haut einfach ab Figger fucken wir den ab ja ja das ist geisteskrank alter Spaß ja und jetzt kannst du Set rein drücken ihr müsst ihm was geben sonst hat er Speed ja geiles Ding oh ich glaube du bist trotzdem tot der will mit der will mit der Turret holen ja du kriegst ja dann auch kriegst du Top dafür ja erster Tod ist ok 1,8 ist fein dafür haben wir den richtig genervt ich glaube ich finde das ist ein guter Trade ja ja der ist sauer der Rise Niki macht ein Triple Kill Chef Frobel kann da Top pushen wie Sau war wahnsinnig gut gespielt von dir Niki übrigens ist leider ein bisschen untergegangen im ganzen Teamfight weil wir danach noch gefeiert haben ja ja das war das war mein Highlight des Tages bisher ja deswegen müssen wir es nochmal deswegen will ich es nochmal allen in Top rufen und sagen aber Botlane solltest du trotzdem gehen und nicht mit hey hey ich würde den aber hier auch noch was töten mach dann ihr seid so ähnlich ihr wart beide so gut vor langer Zeit wo der Q hat durch deine Ult nicht mehr getroffen was ist mit der Ult bist du bei mir was war das denn von jemals oh mein Gott ich hab ihn oh ja na scheiße alter egal pass pass geil halbe Sekunde zu spät hier ist ne Kuh hier ist ne Kuh hier ist ne Kuh hier ist eine Kuh hier ist eine Kuh hier ist eine Kuh ich hab halt nichts ich hab ihm jetzt ich hab ihm jetzt Autotext gegeben kommen wir so oder so weggegangen ich renne ihm hinterher ich renne hinterher ich renne hinterher da war nicht mal ein Ward und er stilte das mit dem Q der ist crazy der ist crazy was geht da ab? wir müssen da fighten oh oh Flash von Lucian Lucian hat da rein geflash ult leider in 20 Sekunden Drake ja hier ich top gehen sollen mit dem TP ich weiß aber mit Ult können wir den fighten oder? ist der gut der Brand? der macht halt Damage ne aber der ist gut ich komm mit Max wir können hier wir können hier spielen schade ähm Drake ne? Ryze können wir den Ryze zusammenkriegen? ich bin da oh Kate hat Probleme hier ist der Dings Charmed Ryze hat Probleme ne jetzt hat Alistar Probleme und hier ist ein Lee Sin oh das ist ein Lee Sin ich bin tot hast du noch oh mein Gott wo kam aber der Lee Sin her? wir sind doch eben alles abgelaufen ja das war ein war leider ein Verboter der Fight wir können hier der Ryze ist zu tanken ja wir können hier nicht bursten oh den hast du aber oder? ist der dead? ja den hab ich ist der dead? von dem vielleicht mit der da kommt mal eine W nicht raus da hab ich den vielleicht ja es wird fallen zu viel die gewinnen ne? nein 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 hä? ich wurde doch gerade ein Brand doch die gewinnen das gerade also gerade sieht es amusing aus für uns ja klar gerade gewinnen sie na die sind alle in deinem Jungle ne? ja ich weiß was will ich machen? ist das so schlimm wir haben 5 neue Accounts gestellt 4 Games verloren und spiel die ganze Zeit gegen Emeralds und Diamonds und Platy vor allem nicht so mann abgesprochen als Team noch ja bedanke ich nicht ich bin als Team halt krank guck mal schade ach Digga die zerstören 11 5 Diamond 1 Ari wie kann das sein? was hast du gerade gesagt Max? sie zerstören Nikis 11 5 Diamond 1 Ari hab ich gesagt ich war vor 10 Jahren Diamond 3 was soll die Ward platzieren vielleicht? die sind da ich hab keinen Ward keiner von den 2 von den 2 die mal face checken musst du face checken ich mach da doch nicht rein du musst doch schon lang dein blaues Trinket haben der wär auch nicht ab aber musst du trotzdem schon haben du fettest auch das stimmt und du hättest hier tausend mal in die Wards rein checken sollen und mal gucken ob Baron ob Drake gemacht wird anstatt gammlig Botlane zu farben alter was soll ich dir sagen ich geh doch ich geh doch fuck ich glaub ich kann nicht weitergehen ne ich weitergehe wobei ich eh kein Gold mehr werd oder Chad ok Lee Sin ist hier und denkst auch hier ok wir sind hier nicht mehr in Bronzer es klappt nicht mehr wenn 5 mit sind dann bist du tot vor allem wenn wir vor allem wenn wir keine Pressure machen wenn wir nicht so tief reingehen mhm hier vorne drücken bei Baron kannst du Baron ein bisschen warden gehen Max? einfach irgendwie in warden wenn ich sie rüber stellen oder mal weißt du oh den Lucian trifft gleich vor allem töten oder den Ryze ich komm zu euch ich komm zu euch wie Knospen haben die denn die sehen mich hier du musst aufbauen was ist what the fuck ich bin da ich auch ich hab jetzt hier neunmal versucht mein Leben zu wohnen und bin immer gestorben ich kanns überhaupt nicht Digger als Sonjas Alder willst du mich verarschen? Digger ey nee komm hör auf was kannst du mit dir zählen Digger ja was machst du der Gaitlin? aber war vielleicht gar nicht so schlecht ja das machst du bitte nie wieder ich hab mich ich hab mich verklickt also wirklich da ist die scheiß Schere oben ich wollte da ich wollte da dass ich den Ryster noch hole und dann kickst du mich in die Gegner rein ähm ey lass auf mir wie die spielen ist echt dumm der steht hier wird gleich rüberflashen ne hier wird gleich nur ein Alistair rübergeflash kommen nee war mein Fehler ich wollte da hinmoven hab außerdem draufgeklickt ja glaub ich dir das mit Absicht wär wirklich brutal Boho er war auch witzig mit Absicht ein bisschen ja gut ein bisschen den kriegst du von welchem entweder verlieren wir die Lane oder das Game wir haben noch nie beides gewonnen Guck 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 jetzt mal bitte ja ich bin da da ist ein Lugen über die Wall deswegen wow wir könnten Nash'n wollen wir ich hab Training Nashär ist geil jungler ist tot Rhyse hat auch TP, Rhyse hat auch TP. Ja egal, dann tippen wir beide. Kannst du ihn unterbrechen? Kann man TP unterbrechen? Ja, wenn ich ihn glaube ich CC, oder? Oder du bleibst da, auf Trap. Bleib bei mir stehen bitte, Max. Ich werde jetzt hier oben hingehen und dann laufen wir da auch raus. Rhyse ist bei mir, Rhyse ist bei mir. Also ich könnte machen, Rhyse ist bei mir. Der Sound, wenn man Baron anfängt, ist halt vorhin. Da kommt TP, da kommt TP. Spiel ein bisschen. Verbrochen, ist abgebrochen, erfolgreich. Ich hab ihn cancelled. Oh mein Gott. Hast du Ulti, Max? Oh mein Gott. Hab ihn. Geisteskrank, Leute. Oh mein Gott, das ist krank. Das war ein besserer Play heute. Er hat geflasht, er hat geflasht. Macht ihn. Ich kann ihn nicht. Oh doch, ich kann ihn doch. Ich hab ihn so gesniped. Geisteskrank, Leute, das war echt insane. Das ist es. Verrin und alle getötet. Well played, Scherstrohbe, das Rhyster nicht gekommen ist. Die sind jetzt bei mir. Können wir aber noch töten, glaube ich. Oh, wichtig. Was denn? Digga. Also das war so satisfying die Szene. Ich hab dir zwei Shields gegeben mit Moonstone Renewer. Bro, ich schwöre, du bist so krass, ne? Also auf 4 Supports bist du so geisteskrank gut, ne? Das war so viel Scheiß-Shield. Dreckskacke. Okay, ich geh Botte weiter pushen. Auch wenn gleich Dreid kommt. Boah, ich hab ihn auch so... Die sind ja zu mir springt und einfach mal in die Kuh rein springt. Alles, alles. Oh, ich wollte so ein Rapid-Fire, dann bin ich so dumm stark, ne? Digga, Mordert auch dein eigenes Shield, oder? Wo hattest du auf einmal dein Shield her, ne? Auf einmal war deine ganze Scheiß-Leiste graut. Du sahst aus wie ein verfickter Tahm Kench. Ja, ist dein B. Oh, yeah. Ich bin schon froh, ich weiß, wie Mordekaiser geht. Ist doch scheißegal, was die B ist. Wollen wir Drake gehen? Lass mal zusammen warden, ich weiß nicht, wie das geht. Ja, lass... Ihr könnt mir das auch mal beibringen, ich spiel ja nur mit Diamonds. Ich weiß es nicht, ich hab keine Ahnung, wie man wardet. Ich hab noch nie einen Tink gekauft in meinem Leben. Soll ich hier einen Coup vorher reinmachen? Ah! Da ist einer, guck mal, es hat geklappt. Ja, hab's gelernt. Sprint ist hier. Sprint ist bei mir. Und die Sinnes-Bot. Ey, wir können fighten. Zwei Bot. Ja, let's go, let's go, let's go, let's go. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich mach den fertig. Oh. Schön. Ich pull den Drake raus, soweit es geht. Belly wird so smiten, Digga. Hier, hier ist, ähm... Der wird so smiten. Oh, hier ist Rise, hier ist Rise, hier ist Rise. Ich hab gestript. Ich ultier, ich ultier den Backland. Ich ultier den Backland. Aber das, das ist glaube ich nicht smart. Geil! Alles cool. Hab dich. Boah, wie du noch brennst. Komm doch, Lucian. Komm doch, Lucian. Komm doch, Lucian. Komm doch, Lucian. Lass ihn bitte... Oh, ich wollte den gesungen Snipen. Ey, das war unfassbar krass gespielt, Niki. Danke, Mann. Niki ist wirklich gut. Scheiße, ich seh das immer nicht. Ja, das ist echt schade, Mann. Wenn ich das nicht seh, Niki sieht das Gefühl keiner. Die Ult. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Die Ult und dann voll aufgeladen, das wir sehen. Ist wie ein Kaktus. Denkst wie ein Kaktus war am Stream. Ja, stimmt. Das ist nämlich jetzt der Punkt, wo Lee Sin abfällt. Der Rice-Typ. Den Turret kriegen wir noch, den Turret kriegen wir noch. Was ist mit Ryze? Boah, wir kriegen vielleicht sogar... Ryze ist ultra OP. Ryze ist so late. Mitte, 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 Mitte. Du kommst raus, ne? Ich geb dir noch kurz den Double-Buff. Geh raus, die raus, die kommen. Die kommen, die kommen. Ich hab Ult, ich hab Ult. Okay. Oh, ja. Innerf hab ich bekommen. Wollen wir mit dem auch noch nehmen, oder ist das so cool? Das ist zu wierig. Zu wierig, ne? Alter, geiles Comeback. Das ist echt ein kleines Comeback. Hol ich Kinetic Rukan oder hol ich mir Force of Nature, Chat? Die Fights gehen eigentlich... Aber nächstes Mal, wenn der Sonjas ist, ulti den Mann nicht von uns weg. Wer? Der, der Rice. Ja, aber der war selbst tot. Ja, das fand ich gut. Das war tatsächlich nicht so gut. Das war nicht so gut. Sonst hätte ich den Brandon was töten können. Ist egal, ist egal. Hey, der... Hatte beide, Chef. Ich hätte beide auch so gehabt. Die waren beide gestorben. Ich hab auch noch Ulti auf denen gehabt und so. Also den Carry wegzuhalten von uns, wenn wir... Wenn ich da ne Falle drunter hab, ist kein guter Play. Deswegen sind Flanks mit Set ja auch so geisteskrank. Weil du die in uns reinholten kannst. Wann kriegen wir das Format Stemmler vs. Stemmler? Ich sage, Niki ist der bessere Gamer. Ich glaube, du hast nichts in deinem ganzen Leben gezockt außer League of Legends, oder? Kein Fortnite, kein Call of Duty. Doch, Call of Duty. Klar, Fifa. Ja, aber... Dein Call of Duty war ja... Dein Reaktion war ja... Dein Reaktion war... Dein Reaktion war... Dein Reaktion war... Dein Reaktion war 1,3 oder so. Du willst doch jetzt nicht sagen, dass du jetzt gerade gute Call of Duty bist. Nee, um Gottes Willen. Ich bin 40 Sekunden Flash. Hast du irgendwas mal gezockt? Du hast doch nicht mal Clash Royale und Clash of Clans gespielt, oder? Wir müssen wahnsinnig vor diesen bisschen ja auch passen, ne? Ja, ja. Du hast doch nicht mal Counter-Strike oder irgendwas gespielt. Ein bisschen, auch ein bisschen Counter-Strike. Lucien war Top-Lane, da kommt jetzt vor euch in den Jungle. Falls ich angeflasht und hochgeworfen werde, kannst du ja direkt ulten, oder? Dann grün ich nicht mehr CC'd. Geht das? Geht das? Morde, das sind alle vielleicht bei dir. Wenn wir mal zu Morde gehen, einmal alle zu Morde. Alle zu Morde. Alle zu Morde. Wer ist da? Wer noch zu uns? Ich hab... Oh Mann! Ich krieg meinen Sonyas nicht raus. Hast du Ulti? Wow, Lizen. Krass. Krass, Lizen. Digga, hab ich den. Alter. Krass, Lizen. Scheiße. Aber wir sind alle tot, ne? Fast. Digga, ich hatte eine Millisekunde zu lang. Alter, Niki, das ist es. Oh, was? Oh, du bist so geil, Alter. Cheek! Digga. Ey, Romata, das war einer meiner besten... Wie heißt das, wenn ich dich von Leuten beschütze? Klenze. Klenze. Äh, Peels, Peels. Peels. Ja, war krass. Ich hab ihn genockbacked, zwei Schilde. Speed up. Ult. Heel. Das macht so Bock, ich geb dir alles, was es gibt einfach. Ja, das ist geisteskrank. Das macht doch Spaß zu spielen, das macht doch Spaß zu spielen. Ja, glaub ich dir. Na toll. Na toll, jetzt wird's noch schwerer. Jetzt wird's noch schwerer. Jetzt wird's wieder bestraft für den Win. Aber geil, es kam mir. Gar nicht gehen. Das hat richtig Bock gemacht, das Gehen. Alter, Niki, dann die Plays. Ich hab dich überhaupt nicht so gut in Erinnerung. Doch, doch. Der war noch mal besser. Du kriegst von mir einen GG. Niki kriegt von mir auch einen GG. Das hat gebockt. Die Lane hat gebockt und das Late hat gebockt. Mann. Digga, ich bin fast Level 22. Mann, das geht ja unendlich schnell. Ja. 720 XP für ein Game. Digga. Das ist ja alles. Aber es gibt immer einen, der leidet in diesen Games. Es können nie alle gleichzeitig Spaß haben, habe ich das Gefühl. Wenn alle gleichzeitig Spaß haben, dann surrender die nach 13 Minuten. Ja, dann surrender die nach 13 Minuten. Das stimmt. Können wir sonst einfach abstimmen, dass Chef Strobel immer der ist, der richtig reinfeedet. Wir waren dafür, dass er early gegen den Rise gestorben ist und gegangt wurde. Er hat noch einen Solo-Call gegen ihn geholt. Genau, genau. Er ist dann 267. Er ist dann nicht auf 214 gegangen. Er ist dann nicht auf 214 gegangen. Und er hat dann... Weißt du das, Chef? Ja, ich hab geslippt. Snook von Max. Den musst du auch annehmen. Danke. Und ich hab den TP für den Baron gecancelt. Er ist ruhig geblieben gegen den krassen Rise. Ihr Q einfach rein. Max, wie findest du Bart's Namen? Bart's Name? Ja. Das wird ein kranker Invade jetzt. Wir haben halt alle neun Invades ohne Chef Strobel gemacht. Das macht mich so sauer. Wir sind ja nur ein Fünferteam. Hier rum, hier rum, hier rum. Ich weiß nicht mal, ob das besser ist, wenn wir von hier kommen. Leider. Auf jeden Fall, wenn wir Redside starten, ist das der richtige Weg. Wir gehen direkt weiter. Direkt weiter. Wir laufen gleich in der Schakopuppe bestimmt. Ich klappe gleich erstmal die Wall. Wir haben alle in der Schakopuppe gelaufen. Ja, ja, den kriegst du. Gecharmed. Geisteskrank. Geisteskrank. Und Schakos Start ist jetzt schon verkackt, weil er die Puppen zu spät macht. Hab ich... Ihr müsst... Alle vier können eine Meinung abgeben. War... Ignite wasted? Ja. Nein. Ich sag das Wort. Das war ein toller Invade. Das ist richtig geil. Das ist viel besser, wenn wir so invaden, als wenn Chef Strobel ganz alleine sich hier hinstellt, neben dem Busch und Backport. Strobel redet auch nicht. Nö. Das ist... Das ist katastrophisch auf Kauf der Lane. Äh... Ja, ich war ganz... Ich wollte eigentlich kurz meine Wäsche im Trott machen, aber das hat nicht gereicht. Das ist so krass. Aber gekocht, Wäsche gemacht, Junge. Ich bin der Hausmann hier. Du, du spielst 16 Stunden, LOL. Du bist kein Hausmann. Presse, Junge. Für Profi noch werden im Spiel. Meine Scheiße. Oh mein Gott, wenn ich keine Mini XP verpassen würde, wäre so toll, ne? Digga, der Shaco ist Emerald One. Oh nee, warum... Ach, Dread. Naja, wo ist es? Aufpassen. Boah, wie viel Damage in Deutschland im Poppy. Na, wir können es machen. Was ist denn Catelyn in Mitte jetzt schon wieder? Oh mein Gott, das ist so stark. Ich glaube nicht mehr, dass er stark ist. Ich glaube, die kann einfach... Die kann einfach... Oh mein Gott. Was ist da passiert, Chef? Äh... Er hat noch seine Wäsche kurz gemacht. Analyse. Ich habe einen Minion, äh... gemisst. Und dann... Oh nein, du musst mir helfen, die zu Last Sitten. Catelyn fehlt. Danke. Kann ich euch jetzt ganz genau versichern. Das Shaco... ...Emerald One... ...Typ... ...gerade bei meinem Blue auf mich wartet. Catelyn kommt glaube ich zu dir, weil die fehlt ganz doll. Wir können nicht fighten, solange die fehlt. Oma, oder? Smoder ist halt wirklich ein Opfer early, ne? Smoder ist wie ich auf Ceri. Boah, ich sitze nicht mehr richtig. Seitdem ich gerade meine Snacks ausgepackt habe und gegessen, sitze ich nicht mehr. Chaco mit Chaco ist hier irgendwo. Wir fighten. Wir dürfen... Oh... Oh was? I predicted. What the fuck? What the fuck? Digga, was? Das geht? Ja, das ist... Das ist scheiße. Ich muss das VOD löschen. Ich werde sonst gebannt. Oh mein Gott, let's go! Let's go! Ich komm bot. Äh... And Ignited. Engage! 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 Double slow! Der wäre trotzdem total gewesen. Geiler Gang! Geiler Gang! Ja. Seine Ewa ist trotzdem mir hinterher gegangen. Großartig! Sehr toll! Sehr gut! Ne super! Du spielst echt tolle Jungler. Du kommst mit Nunu early, mit dem Reh early. Was spielst du noch? Das krassere dabei ist einfach, dass ich aufgeregt in deren Jungle gegangen bin, weil ich wusste, dass Chaco meinen Jungle machen wird. Perfekt. Und dann wussten die nicht wo ich bin und konnten genau rein ganken. Ja, solange er nicht zurückgeht, muss ich auch nicht zurückgehen. Ganz normal sicher mach ich da aber. Jetzt hast du wieder zwei zum Scheren. Akku Mitte. Falls du möchtest. Hm. Ich sollte den Back gehen und unseren Lead mitnehmen. War doch jetzt perfekter Zeitpunkt, wenn die mit uns alle da sind, oder nicht? Ich weiß es nicht. Der war halt auch noch nicht zurück und ich hab immer noch Item Advantage, ne? Chaco top! Hast du First Blood bekommen damals? Jaja, ich hab das First Blood bekommen. Damals ist krass. Hab ich auch grad mehr jetzt gelöstet. Kann ich oversteppen, ne? Die Freeze und Chaco ist glaube ich bei mir. Geh mal nicht zurück, bitte. Ja, war so klar. Wir können die Hostage halten. Krass, deine Range ist ja böse. Krass, deine Range ist ja böse. Mach wieder Chaco's Jungle dafür. Digga, du spießt echt ne Supercade. Weißt du das mal? Ja, ich hab ich's machen. Ich mach seinen Jungle dafür. Der hat 24 Minions. Ich hab 38. Ich hab geflasht. Fuck's nicht, ich hab Chat. Chef Schrubel, Digga, what the fuck, man? Ja, weil die immer so dumm sind und schreiben Flash, man hört sogar dieses Geräusch, das ich flashen will. Das geht aber nicht. Bleib, 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 wir müssen die Hostage halten. Voll Idioten, Alter. Chef Schrubel, was ist denn das für ein Mental? Einer schreibt in den Chat Flash und du bist gestreift. Ja, es zahle ich ein, wir bleiben die jetzt aber ganz vom Fokus. Okay, schnauze dir jetzt kurz. Dann mute dich kurz und beleidige deinen Chat, aber wir müssen jetzt hier diven. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ja, genau, deswegen. Deswegen muss da jetzt... Ja, einfach, ja, einfach auf die zu. Gib ihm mal einen mit. Genau, und jetzt ist er tot. Wunderschön gespielt, Max. Wirklich schön, jetzt gehen wir zurück. Da können wir nicht, er ist crazy oder anders, ne? Ach, der macht ja auch nix gegen mich. Wir gehen jetzt zurück, Max. Das war super, das war richtig gut gespielt von dir. Du bist am Edge gelaufen, um die Trickjob zu tanken. Ich hab geEdged, da einfach ganz vorne. Du hast ein bisschen richtig rum geEdged. Ist das Shaku? Hilfe! Der kann dich nicht töten. Sie helfen jetzt von mir. Ich war noch nicht einmal in sieben Minuten auf der Top-Side dieser Map. Seid ihr danach noch fünf? Ich glaube ja, ne? Wer fragt das? Kokobach. What? Ich kann auch rausgehen, wenn Koko spielt. Nein! Wollt ihr mal mitzugucken? Ja, also wir müssen halt. Wir müssen, 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 müssen mit Koko spielen. Der ist halt auch bei der LAN-Party dabei. Das ist hier heute eigentlich eine Trainingssession. Und Big Spin und Henk haben einfach abgegangen. Ich geh raus danach. Und Koko. Und Koko. Wir gehen zu Drake. Wir müssen mit Koko spielen, Chef Strubbel. Ich geh. Nein, Chef Strubbel, du nicht. Koko sagt, er will nicht, wenn dafür Chef Strubbel geht. Ja, ich geh doch. Aber wo geht dann schon Strubbel? In den Jungle? Ich kann auch in den Jungle gehen. Also Koko muss nicht top. Das stimmt, wir schicken Strubbel in den Jungle auch geil. Oh, der Typ ist, was ist der mittlerweile? Emerald 4 mit null Punkten ist der mittlerweile. Was? Das ist ja voll krank. Ich dachte, der wird Diamond. Echt jetzt? Also wenn du, also wenn du so nachtrittst, Alter, dann spielt der gleich gar nicht mit, Alter. Emerald 4 mit null Punkten. Oder? Wie viel sind's? Koko. Was? Ja, ausgeladen. Viel besser. So, dass unser Joker die ersten drei Tage ist Big Spinner, dann kommt Koko, falls wir es nicht schaffen, dass er das Knowledge nochmal mitbringt. Mit Koko. Jetzt erfahr ich, dass das, dass das Scheiße ist, oder was? Wer wird mich respektieren? Okay. Okay, Koko meint, du musst ihn bald respektieren. Okay. Ist ja Niki gefühlt besser als Koko. Hm. Mitte ist interessant. Oh, Shaco. Oh, geil. Du kannst viel aggressiver stehen, ne? Ja, sag mir sowas immer. Guck mal, der darf eigentlich gar keine Minions haben. Das ist ja eine Ult. Versteht ihr das? Hä? Ist egal, kannst du dich nochmal autotacken? Ich komme in die mittlere. Ich hab sie. Boom. Oh, Lord Jesus. Alter, Humatra. Bro. Spaß auf unserer Seite. Ja. Spaß over 9000. Bei euch ja in der Bottomlane auf. Ja, das war gerade Peak. Peak Spaß. Sagt dem Chips Tyrann, er soll es zurücknehmen, du sollst zurücknehmen, dass er scheiße ist. Wer ist scheiße? Du sollst zurücknehmen, dass Koko scheiße ist. Schreib what's to me ready, ich schreib dir Koko. Keine Platte, hätte ich da eine Platte nehmen sollen. Ich schwöre, Platten geben ihn, darf ich noch nicht. Ne, Platten müssen wir noch abstellen. Ja, aber ein fatter Wave, ne? Achso. Ich hau sie trotzdem einfach mal ein bisschen. Ja. Platte ist extra Gold, wenn man den Turm angreift, Chat. Beide die das nicht wissen. Und ich weiß nicht, wann ich jetzt für das extra Gold vom Turm gehen soll, und wann ich einfach zurückgehe, um bessere Timings zu haben. Du musst gucken, wann die zurückgeportet sind, und wenn die halt schon wieder auf die Wave brauchen können, dass du erst zurück musst, und dann alles reinpushen können, dann kriegst du ja auch wieder eine Platte. Warte ganz kurz, ich klau hier noch. Manchmal rentiert es gar nicht, auch für eine Platte zu bleiben. Jaja, genau, aber wann ist der richtige Zeitpunkt? Kann ich mich abschätzen. Bottom heart miss, heart. Heart. Ich komme. Ich bin so gefeedet. Alter macht die Poppy Schaden. Oh, ich zieht's mir, oh my fuck. Sorry. Nice. Geisteskrank. Das ist ein... Bart kriegen wir? Das ist ein Smoldo. Die Echte verschätzt. Oh, shit. Oh, daneben. Und Chaco ist mein Braille. Wir gehen weiter, wir gehen mal zweiten Turm. Wir gehen mal zweiten Turm machen einfach. Ich will mal... Weil der gibt gut Gold, Max. Und... Und Niki will eh noch ein bisschen mit dir spielen, glaube ich. Ja, immer. Ich mag diese neuen Meter, also... Ja, du bist du... Aber nee, du hast trotzdem, glaube ich, bekommen. Wir gehen. Iggy, bist du bereit? Kuh ist raus von mir. Ich hätte nicht, ob ich fighten kann, ne? Aber sauber, Scho Strubbel, super. Oh, scheiße, das sind zu viele. Oh, scheiße. Bart geht noch pennen, aber das war's dann auch. Kate gegen Kate, oder was? Oh mein Gott. Fuck Bart ist da. Ich kann schon aufhören. Digga, der Hook war ja geisteskrank, oder? Die Hook-Rate ist auch teilweise wirklich dumm, ne? Vielleicht, ne? Das ist ja klar. Niki! Niki! Oh, Mann, fast hole ich den Double da! Oh! Jetzt hab ich Ult! Okay, dann geht's. Dann geht's. Dann gehst du jetzt aber bitte wirklich bot. Ja, ja, ja. Weil jetzt ist jetzt fast vom Timing her auch gut. Dann können wir bitte Turm noch reinreißen. Es macht auch echt keinen Spaß irgendwie, als AD Carry hier zu stehen. Das bockt irgendwie nicht. Wo der? Ja, ne? Oh, ist das ne gammelige Kacklinge von der Alten. Ich sag, Scho Strubbel hat am meisten Spaß heute. Digga, der spielt einfach gegen eine Emerald Poppy, die ihn fickle hat. Noch nie gegen Poppy gespielt. Aber er macht's gut. Er hört auf reinzuspringen. Das ist echt gut. 2-4 reicht und er hat trotzdem 60 Minions. Poppy ist auch ultra kacke, gegen die zu spielen. Hm. Schade. Oh, Mann. Der Tower-Dived, holy fuck. Ich würde sogar sagen, dass Poppy okay ist gerade. Würde ich auch sagen. Ich glaube, das ist ein richtig, richtig scheide Tackle. Ist er sogar. Der ist sogar, glaube ich, Support-ST oder so ne Scheiße. Ganz komischer Mist. Hoch ihn! Jaaa! Oh, Romatra. Das ist ja unfassbar. Du spielst eine so tolle Caitlyn. Der wird hier gleich aufbauen, der. Kannst du spielen jetzt? Ja. Guck ihn. Irgendwie. Ich weiß nicht, was sie da fighten können. Das ist ein Deal mit Shaco, Digga. Ja, ja. Aber die haben doch nichts ready. Weiß ich ja nicht. Shaco hat 60er-Farm und ist 2-3. Ja, ja. Die haben nichts ready. Der ist so scheiße. Ah, ja. Der hat mich auf Perma gesittet early, Digga. Der Bastard schon. Ja, ich hab seinen ganzen Gang. Aber cool, das ist genau. Du kannst generell immer fighten, weil wenn du stirbst, ist eh scheißegal gefühlt. Hey, hey, hey. Nein, also ist ja nicht, ist ja, du brauchst keinen XP, du brauchst keinen Farm. Du hast deine, du hast deine, hier. Du hast deinen Impact mit, indem du einfach R drückst. Ah, dann nimmt er die Minion Wave mit. Hm. Du kriegst übrigens weniger XP durch normale Minions. Ey, Bart ist bei mir, was ist das denn? Ich weiß nicht, seit wann das so ist, aber... Was macht Bart bei mir? Bart ist, äh, top, ne? Jo. Oh, was machst du denn da mit dir? Wortsmouth ist schon wieder los. Ich gank. Da kracht's im Chat, was ist das für ein Kack. Ich will im Allchat bleiben, bitte, bitte, bitte. Ich werde hier nur einen Gangs vorzubereiten, ja. Ich glaube, das ist echt schwer hier. Ich komme hier an die Minion Wave, die zwei da bis über mir. Oh, ist ja aggressiv. Ich komme gleich rum, Chef Strubel. Oh, bist du tot? Oh, wäre cool gewesen. Ja, ja, ich mache immer so crazy Dinger, wo willst du nicht rechnen, einfach. Komm, Chef. Ich komme, Chef. Oh, der ist doch unterwegs. Ah, nein, nein. Wann, wie schnell ist er? Nein, nein, hör auf. Wusste ich nicht, dass er das hat, die Kacke. Da kotzt ich ja schon wieder. Kannst du starten den? Oh, ich dachte, du hast getroffen tatsächlich. Ich habe getroffen, ja. Na, das ist zu deep. Stark, also ohne Witz. Unfassbar starker Gang. Get fucked, Profi. Lilia ist auch so ein geiler Dragon, dann will ich auch noch lernen. Oh mein Gott. Ah, Lilia. Lilia ist übelst geil. Ja. Boah, sterbe ich. Ich bin tot. Ich bin nicht tot. Toll. Ich muss in die Basis heimkehren. Ne, doch nicht. Der Hohensohn, Alter. Warum? Ja, weil er dich von Backporten abgehalten hat. Oh, er wird angeportet. Bleib, 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 bleib. Ich port deine Hitze. Das ist... Poppy. Poppy, Poppy. Vielleicht töte sie mich. Ist die Mitte? Dann renne ich zweiter Top runter. Wo ist Poppy asozial? Max, geisteskrank, Max. Wirklich gut. Digger, hab ich dich gesaved. Hohoho. Haben wir Shaco gesehen? Nö. Der ist busy mit dem Paar hinterher zu kommen. Der wird gleich mich attacken einfach aus dem Nichts und nicht one shoten. Was spielt denn der AP? Kate ist top. Kate ist top. Äh, Drake ist gleich ab, ne? Jetzt in sieben Sekunden. Und die haben schon einen. Ich kann sie fehlen. Obwohl wir... Ich, ich... Ich polter jetzt noch nicht zurück. Ja, die gehen jetzt alle zu Drake, ne? Alle. Ja, ab geht's. Da sitzt Hoffi unter dem Zwischenfall. Ich kann nicht facechecken, ne? Es ist nicht machbar. Für mich. Ja, ich kann nur typieren, wenn da irgendwo ein Mord steht. Digga, wieso ist das Reh so mächtig? Ich krieg ganz viel Farmer. Ja, Leute, ich bin tot leider. Aber die haben Drake nicht gemacht. Lass du Drake gehen jetzt. Zu dritt direkt Drake. Bin leider tot. Der ist halt echt schwach, der Small, dann, ne? Ja, der ist echt schwach. Kate ist top lane. Kate ist top lane. Guck mal, der macht gar kein Damage. Schade. Ja, ich hab vorher Uldschuhl rausgezündet bei Shaco. Der ist richtig lucky weggekommen. Seht ihr mich hier drin? Wegen dem... Seile Wall weggekommen. Ah, ok. Seht ihr mich? Holy shit. Nice. Smart. Nur das Reh einfach. Oh! Die Pokes nerven, ne? Oh man, jetzt hat der Idiot alle Sachen gemacht. In seinem Dschungel. Ich bin tot. Ich bin tot. Poppy kommt, ich bin tot. Ich muss direkt, ähm... Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ari. Ich komme, ich komme. Mortal Reminder-Born. Ich bin über schnell. Wie geil! Das ist voll geil. Ich komme auch, ich komme auch, ich komme auch. Kennt ihr diese Ufos, die so mit, äh... Ja, in Hook. In Hook. Max, 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 Max! Und jetzt auch ein Pulver-Aromata, ja. Jetzt bin er nicht mehr. Nautil, das ist echt toll, warum bin ich so schnell? Ich kann Bot gehen. Äh... Ich spiele wahrscheinlich mit Baron. Ich habe TP ab. Ich, äh, antworte Kate. Scheiße, wir brauchen ganz doll Mods. Brauch ist keiner da. Damsagabend. Ich will echt gerne einfach im Allshot bleiben. Da gab es hier Stress bei dir im Chat, oder was? Äh... Wir rasten mal aus, wenn einer sagt, ja, bau das Item, dann rastet einer richtig aus. Ja, du bist slow. Das ist voll schade. Die schreiten sich bei mir auch so auf wegen Items. Hast du einen Sweeper? Nee, ich habe nur einen Harald auf Tasche, leider. Ich brauche Macht in der Mittleren jetzt bei mir. Mhm, kommen. Der mittlere, mittlere Platz ist leer, da wünsche ich mir den Support-Mix her. Ich bediene mal kurz die Poppy hier. Ups. Wir müssten mir holen, die Runde ist safe. Oh shit, das war nicht so gut für mich. Was? Oh, scheiße, Charme trifft nicht. Der denkt's an. Schade, wenn das bitte ist der Tod. Ist das gut? Max, hier ist noch, du kannst hier markieren. Sweepern? Ah, nee, du bohrtest, du hast keinen Sweeper. Stark. Sauber, Mann. Warte mal, hat die hier Vision drin? Oh, wieso konnte ihr mich hier drin ulten, Chat? Äh... Ich kenne ja Flash und Ghost raus, beides. Wieso konnte ihr mich da drin ulten? Aber, ja, es ist gold, aber ich war doch im Busch. Wie kannst du mich im Busch ulten? Boah, kriegen wir... Kriegt der Dings sogar... Der Chaco wird in mich rein? Kannst du wirklich sich verschären, ne? Und du bist gemuted? Oder redest einfach gerade nicht weiter? Du, oder? Ich hab meistens Rubels Fight geschaut. Bist der Falsche? Der ist so langweilig. Emerald 1, Chaco, jetzt auf sich fressen. Oh, okay. Oh, 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 oh. Wenn Poppy da ist, ist es gefährlich. Naja, Tatsache. Boah. Boah. Geil, Flash raus, reicht. Ja, jetzt kommt Poppy von hinten. Wahrscheinlich gleich. Oh, scheiße, ja. Was? Was ist das denn? Ach so. Oh. Das war ja einfach toll. Toll. Geil. Überlebt. Digger, ich hab seinen Tidestep prediktet. Was ist das? Geil. Er hat meinen Crew gedodged. Ich hab seinen Dodge prediktet, hab voll daneben geballert. Aber dadurch hab ich ihn getroffen. Nur so ist der Smolder gestorben. Lol, die Kaco, die rollt auch nicht mal durch mein Schild. Geil. Beast Mode ist da. Beast Mode on ist... On. Wow, Beast Mode Mode on ist on. Dragon 40? Wo wir hingehen? Also wenn ihr becken wollt, dann geht's. Das ist eine geile Runde. Ich fahr jetzt aber auf Bot Lane. Ne, ich nehme mir aber Poppy jetzt an. Ich hätte auch eigentlich top gehen können, weil Drake abkommt. Boah, ich bin so froh, dass ich die Black of 6 Beta nicht gezockt habe. Die war so geisteskrank verschwitzt wieder. Echt? Das ist so schrecklich. Ja, ja. Oh, quack, 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 quack. Hier sind alle, hier sind alle. Oh. Das vom Drake ist natürlich jetzt Video. Was? Aber auch am Drangeln hier. Ja. Rennen in meine Wand rein. Die ist nicht so tanky, die ist nicht so tanky. Die baut echt Damage, die können wir platzen lassen. Geht zu deep, nicht wirklich gut. Die töten die alle. What the fuck?! Ob hier ult. Das hab ich noch nie gesehen, ich dachte, mein Spiel ist abgestürzt. Was? Hat ich weggeultet? Ja. Genau, dass er sich so wegschleudert? Ja, ja. Das kommt gut. Noel, Kate und Kay töten sich. Das war das geschissenste Battle, was ich glaube ich je gespielt hab, alter. Ich bin noch da. Ich bin so sauer, ne. Wieso hat sie auch schon so viel Damage? Nice. GG, hat ihr aufgegeben? Die haben aufgegeben. GG. Ja. Die haben so auf die Presse bekommen. GG, GG. Digga, ihr habt, das waren Emeralds, Digga. Wir haben gegen Emeralds gewonnen. Aber nicht nur knapp. Ja. Romar, das war eine grandiose Bottom Lane. Mhm. War toll. Für mich kriegt hier Seth Strobel locker geblieben. Weil er... Danke. So, bei Minute 5 ist er sehr locker geblieben. Weiß der Chat meint, er hat nicht geflasht. Da war er wirklich locker. Ja, Bro. Guck mal. Du kennst das doch selber, wenn man... Ich weiß nicht. Du hast geroutet, die hat mich so gegen die Wand gesteulert, ne? Und dann... Dann kannst du... Keines haben wir das Cast. Also, Bro, ich hab Flash gespammt, ne? Du hörst immer dieses... Ich kann das jetzt nicht benutzen. Ich kann das jetzt nicht benutzen. Ja, ja. Dann bin ich tot. Dein Flash ist ab. Dein Flash ist ab. Digga, ich bin gefiert von Shako. Kann ich nicht flashen. Ich werd gegen die Wand gedrückt. Ich kann nicht flashen. Dann labbern mich alle vor, warum flashst du nicht? Das ist so eine nice Atmosphäre in der Film bei Q. Ja, das macht echt Bock, Digga. Zu 5 ist krass. Ich schau mir jetzt Serie 1v5 Montagen an. Warum denn? Weil ich wissen will, was der Champ potenziell kann. Aber nicht mal die Montage, nicht mal die Montage sieht geil aus, find ich. Echt? Also, sorry, aber nicht mal die Montage sieht toll aus. Ich weiß nicht, was falsch ist. Ich find Smolder und Cock toll. Warum muss es dann so die scheiß... Also Cocktoll für das wusste ich. Wieso muss es dann die scheiß Serie sein, Alter? Die nervt einfach. Vielen Dank.